Musik 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 Auf der Suche nach originalen Channel Solo-Stücken Musik 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 Es gibt aber auch das andere Stück, das original von Charlottes und so auch das vollgehört. Und zwar ist es ein Stück von 1887 von den finnischen Komponenten des Chancen-Velius. Paprika-Salz war nicht nur Cellist, sondern auch Komponist und Dirigent und Friedens- und Freiheitskämpfer. Paprika-Salz ist sehr, sehr alt geworden und als er schon über 90 war, wurde er mit einem Unterricht gefragt, Herr Casals, wieso übe Sie eigentlich immer noch täglich mehrere Stunden? Da hat er gesagt, ich habe den Eindruck, ich mache Fortschritt. Musik 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 Wir kommen zu unserer geografisch weitesten Reise, und zwar will ich Sie und euch jetzt eine winzige Mongelein. Und zum allerletzten Schluss passen wir zu einer der Schlafnitz. Amen. 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 Amen.